grüß euch willkommen zurecht bei der part von let's play jetzt ja dölfchen willkommen in meinem bescheidenem dölfchen ja ich bin auf jeden fall wieder da was wir nur den feuerball oh gott ich will mich aber nicht nur mit dem feuerball irgendwas machen ich brauche auch ein seil und so geister schon wieder die verfolgen mich von der pyramide bisher ist hierher verdammt ja war klar dass er mich mal wieder tötet typisch geist noch mal normal so leicht akzeptiert ist nicht ich werde denn jetzt umbringen damit er hat mich umgebracht ich muss wohl an dem vorbei aber schon mal noch ein bisschen besser um hier oben ist ein leben aber es gibt auf das leben ich habe ich habe ficken gesagt man bin ich cool naja egal jetzt versuche ich mal wieder ein bisschen ernst zu sein und ja also heute hatte ich schule heute ist mittwoch und ja war nicht so ein geiler tag weil ich habe zwei prüfungen raus bekommen einmal in englisch da wo ich gelernt habe ich sage nur pokémon kristall und einmal rechnungswesen ja und ihr könnt noch eure meinungen sagen was für noten ich rausbekommen habe ihr wisst ja wie beschiss mein englisch ist daher könnt ihr wahrscheinlich ein bild machen welche note ich habe und den rechnungswesen da ja da bin ich ungefähr so genau so gut in englisch ja gut wir müssen jetzt wieder hoch ich verstehe es nicht ist auch nicht weiter ich verstehe es nicht muss ich den vielleicht anzünden oder so stimmt sogar ich kann mich erinnern so und jetzt ja heiße luft steigt nach oben ist klar das heißt packen müsste daher leichter sein als luft so und jetzt sterben wir wenn wir das tun nein wer scheiße wenn ja so hier ein leben keine ahnung wo ich das gerade gesammelt habe moment da vorne da kriegt man doch ein seil oder oder ich muss nur eingebildet naja genau wird man sei na jetzt aber ja los jetzt sehr schön warum hätte ich eigentlich immer das menü ach ja richtig ich habe ja lange nicht mehr gespielt seit sonntag ne toll jetzt bin ich wieder da unten wenn man das ganze jetzt auf die methode machen verlieren wir das seil so geht es auch viel leichter auch aber so nein ja los ich komme nicht mehr da hoch jetzt aber ich brauche noch ja ja jetzt aber böse pacman ich will da durch ja mein tastetur hört man jetzt bestimmt wieder richtig 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 was hatte ich fast hatte ich bin ich jetzt zu blöd da hoch zu kommen ich habe meine let's play parts übrigens alle angeschaut ich habe mich am meisten situationen wirklich echt blöde angestellt ich sag mal püren wieder mumie da wo wir an die mumie nicht vorbei kamen wo ich verzweifelt bin nach komm schon jetzt hallo nach nein da ich hasse ich will muss ich jetzt gleich durch diese diesen kleinen schmalen ne ne das kann ich mir kaum vorstellen ne ich schaue jetzt noch mal ein bisschen um rein das prinzip her es kann nicht sein dass man nicht dadurch kommt oder dass ich zumindest nicht dadurch kommen wahrscheinlich kommen andere da sofort durch nur ich komme hier nicht durch jede wette na komm jetzt was war denn jetzt schon wieder im back oder was nein nicht in die richtung in die nach rechts bitte alle wege nach polen sind da sind rechts was alle wege nach polen führt nach rechts naja passt nicht näher das geht nicht das war jetzt gerade mein bester versuch ich verstehe es nicht ich verstehe es echt nicht moment ich komme hier nicht vorbei ich verstehe es nicht die musik ist überhaupt nicht nervig nein 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 da komme ich echt nicht durch ich probiere es noch mal ich verstehe ich mich wieder total falsch an und es geht woanders weiter jede wette warum sage ich immer jede wette wenn ich jede wette annehmen würde hätte ich schon wäre ich schon längst auf der straße ja jetzt kommt schon ich will hier jetzt hoch kommen aber dort geht es nicht lang ich stelle mich hier jetzt vielleicht an das ist unglaublich sechs minuten schon vorbei laut meine uhr bei euch ist wahrscheinlich 14 minuten vermutlich mal ich verstehe es nicht ich komme da nicht hoch ja sorry dass gerade nichts passiert ich komme hier nicht hoch ok ich gucke jetzt nochmal auf die methode ich will jetzt da hoch das spiel ist doch ein fail oder das spiel will mich drohen das habe ich glaube ich schon mal gesagt ne lalala ne da geht es nicht vorbei also nicht mit dem seil vielleicht so nein ich stelle mich hier an das ist schlimm stimmt führt ein anderer weg vorbei hurra jetzt werde ich wieder ein bisschen sikastisch oder wie heißt es sarkastisch sagt man das so keine ahnung ich habe sarkastisch also das wort sarkastisch bis jetzt noch nie verwendet oder gesagt man das ist vielleicht ein sarkastisches level das habe ich echt sarkastisch gemeint oh gott unsere zeit na toll out of time aber ich verstehe es nicht wie kommt man da weiter boah das waren jetzt 99 sekunden krasse scheiß ach ne nicht wieder dieser scheiß geist bitte nicht ich glaube wir werden hier wieder lange an diesem level hängen weil der kevin wieder zu bild ist und ich weiß wie es weiter geht und ständig mit diesen geister beschäftigt ist continue 9 aber ich frage mich warum die entwickler zeit limits in ihren alten spielen rein gesetzt hat haben bestimmt damit der spiel spaß ein bisschen gesunken sie er singt keine ahnung also wenn ich ein spiel programmieren würde da will ich darauf achten dass die spieler spaß haben selbst wenn es ein bisschen unfair gegenüber dem spiel wird oder dass es das spiel ein bisschen zu leicht wird ich würde es echt so machen dass das spiel ein bisschen dass das spiel gut zu spielen ist und dass es spaß macht sie gehört also wenn man zum beispiel ich weiß nicht ob dieses spiel kennt aber da gibt es so ein spiel das heißt herz auf allen und ja da ist das spiel sehr eingeschränkt mit den möglichkeiten und das spiel ist endet also die es ist so ähnlich wie ein total war spiel ungefähr bloß dass es da keine schlachten gibt da gibt es halt nur die kampagnen karte mit einem zeit limit ja ihr habt es richtig erfasst mit einem zeit limit das heißt man kann nur bis zum jahre 95 glaube ich spielen oder 96 95 nicht mit bis 45 kann man spielen das ist die zeit spielt im zweiten weltkrieg ab und da frage ich mich warum bauen die ein zeitlimit ein die die macher von dem spiel also paradox hat das spiel gemacht ich frage mich echt warum die damit zeit mit rein getan haben damit man gespielt oder wie das doch eigentlich ganz gut wenn man das spiel suchtet weil dann verdienen die dann verdient paradox im prinzip mehr geld dadurch wegen weil die spiele dann wahrscheinlich das spiel gefällt und die dlcs kaufen so würde ich denken wenn ich ein chef von einem von der computerspielefirma wäre aber paradox denkt sich nein wir müssen dieses spiel einschränken so dass so dass keine ahnung ich glaube so ist es hier auch mit dem zeit limit ich frage mich echt warum die warum manche firmen ihre spiele verschlechtern hier in dem fall mit dem zeit limit seht ihr seht ihr ich war da gerade drin ich war da gerade drin ich war im loch drin im loch drin ne das geht nicht es muss ein anderer weg vorbeiführen ich habe jetzt schon muss ich vielleicht noch was anzünden oder was keine ahnung also das seil das brauche ich wahrscheinlich vorbei komme ich ja nicht auf diese methode hier ist noch so ne es funktioniert auch nicht graben dinge graben dinge haben auch nicht vielleicht müssen wir nach links ich habe zwar schon nachgeschaut aber vielleicht ist irgendwas versteckt ich schaue mal noch mal nach ne okay ich probiere es noch mal oh man ich glaube dieser parte dauert auch wieder lange wahrscheinlich wieder so lange wie die pyramide oder die kanalisation oder klärbube whatever ach und die hälfte der zeit schon vorbei super also wenn die zeit jetzt noch mal abfliegt dann mache ich es aufs bild und schau nach wie es weiter geht weil so auf diese methode kommen wir nicht weiter oder ich zumindest nicht ich weiß zumindest nicht wie man da vorbeikommt wahrscheinlich gibt es irgendeinen trick oder so auf dem ich gerade nicht komme vielleicht müssen wir da oben irgendetwas machen keine ahnung na jetzt kommt schon also jetzt vielleicht ein feuerball und so das anzünden ich bin echt radlos gerade muss ich euch ehrlich sagen jetzt ich komme doch nicht vorbei das ist aber ein kleiner abschnitt ne wo man da durch muss das ist also wenn angenommen dass solche kleinen löcher werden in diesem spiel häufiger vollkommen würde ich das spiel wahrscheinlich nicht jetzt play und vielleicht sogar haten bei sowas ist echt asi meiner meinung nach solche kleinen lücken das hat auch wieder was mit dem spiel spaß zu tun das schränkt den spiel spaß auch ein wenn man sich die ganze zeit so durch durch ein kleines loch da zwängen muss mit aller gewalt und man schafft es nicht seht ihr ich schaffe es nicht ich bin zu blöd ich bin zu blöd dafür ok nochmal alter ich ständig falle ich da runter das ist echt frustrierend ach ja nochmal wegen motivation bei also spiel spaß bei computerspielen sowas ist auch asi wenn der spieler äh ja wenn der spieler gedemotiviert wird dadurch ja dadurch ähm ja hat auch weniger spaß das zu spielen und hört sogar komplett auf das zu spielen jetzt rede ich hier schon wie ein geschäftsmann unglaublich als hätte ich hier als würde ich hier schon mehrere jahre lang computerspiele irgendwie programmieren so rede ich gerade ne ich komme nicht hin ich komme nicht hin seht ihr ich komme da nicht vorbei ich bin echt hilflos ohne witz jetzt gerade ich verstehe es nicht namco gib mir bitte einen tipp bitte gib mir einen tipp wie es weitergeht na nicht da lang oder vielleicht doch ich weiß nicht ich guck mir das nochmal hä? Moment nochmal nochmal ich will da nach links nicht nach rechts namco? nein nicht nach links nach rechts äh quatsch nicht nach rechts nach links was red ich hier da das bin ich sogar zu blöd da hoch zu laufen wahrscheinlich weil ich lange nicht mehr gezockt habe so jetzt ich verstehe es nicht ich verstehe es echt nicht ich habe das gefühl hier oben ist noch irgendwas wow noch 12 Sekunden ich bin beeindruckt ich verstehe es nicht 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 noch 7 Sekunden das schaffen wir nie mehr ihr seht ja dass ich nicht vorbei komme ja 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 tschüss Welt hab dich immer gemocht bis auf dieses Level hier also gut ich mach mal kurz Pause und schau nach wie ich da vorbeikomme oder wie es weiter geht bis gleich bis gleich bis gleich bis nach Untertitelung des ZDF, 2020 Hier geht's weiter, okay. Wenn da jetzt was kommt, bin ich sehr wütend. Auf mich und auf das Level. Hä? Achso, okay, das ist nur... Okay. Oh, nee. Hä? Achso. Ich dachte, man muss hier mit dem Seil hoch. Oder man kommt hier nur mit dem Seil hoch, whatever. So, und jetzt? Ich werde da kommen, was Fieses. Na, sieht momentan nicht danach aus. Huch. Das sieht hier gar nicht nach einem Ziel aus. Oh, okay. Na, aber wir haben es geschafft. Ich muss mal schauen, ob ich überhaupt aufnehme. Guten Tag, Leute. Wahrscheinlich wundert ihr euch jetzt, dass ihr jetzt wieder zurück in diesem Menü seid. Das hat folgenden Grund. Und zwar habe ich diese Aufnahme, die ihr vorhin gesehen habt, weitergemacht. Bis zum Ende des Levels. Allerdings hatte diese Aufnahme einen Haken. Und zwar habe ich mich bei diesen Levels sowas von aufgeregt. Und habe so viele Ausdrücke gesagt. Auch gegen euch muss ich zugeben. Das konnte ich dann nicht mehr akzeptieren. Und ja, deswegen mache ich das jetzt nochmal. Deswegen kenne ich jetzt auch die Sachen, die jetzt kommen werden. Ich habe bis zur Castle gespielt und musste auch bei der Castle erschreckend feststellen, als ich sie angezockt habe, dass auch die Castle ein Level besitzt. Ein richtiges Level. Also, ja, ich glaube, die Display geht noch länger, als ich mir gedacht habe. Okay, aber jetzt war... Wir waren bei diesem Level stehen geblieben, bei 6-2. Jetzt tun wir einfach mal so, als wäre nichts passiert. Und ich werde jetzt einfach so tun, als hätte ich das noch nie gesehen. Aber ich werde mich dieses Mal nicht aufregen, sonst... Ja, sonst wird es wieder ein schlechter Part. Okay, diesen Geist hätten wir erledigt. Gut, dann zünden wir jetzt noch das Ding an. Na, jetzt aber... Anzünden. Also geht doch. So, jetzt holen wir uns das Seildingens. Na, jetzt aber... Seildingens. Okay. Gut, das Seildingens brauchen wir, um jetzt da dieses Ding hier wegzuziehen. Ich glaube, so weit war ich auch. Ich weiß gar nicht. So, okay. Hier geht es natürlich weiter. Ich bleibe jetzt aber trotzdem weiter auf der Hut. Es kann ja sein, dass noch was da... ...kommt. So was Fieses. Ach nee. Achso, da kann man einfach hochspringen, genau. So, ich glaube, bis hierhin haben wir gezockt. Und jetzt geht's weiter. Blind. Beziehungsweise nicht blind. Weil ich das ja schon gespielt habe jetzt. Okay, ich glaube, die Punkte... Ich weiß immer noch nicht, was die Punkte bringen. Aber ich hole sie jetzt einfach mal trotzdem. Ah, hier ist das Ziel. Okay. Gut. Level 6.3. Ach, übrigens hatte ich den ganzen Frust im letzten Level. Das war... Baaah. Das war nicht mehr Schild zum... Das war nicht mehr Schild zum Ons-Shower. Normalerweise habe ich mich damals... Normalerweise rege ich mich ja nicht häufig auf. Aber bei dem letzten Level musste es sein. Okay, das brauchen wir jetzt, diesen Roller. Habe ich auch damals sofort herausgefunden. Genau so. Yay! Alter Warwiller Coaster! Und hier ist auch gleich das Ziel. Und zwar genau... Ja, hier ist ein Teleporter. Das Ziel ist genau... Hier. Hätten sie ja den Teleporter eigentlich gar nicht hinbauen müssen. Der ist eigentlich ein bisschen unnötig. Naja. Das soll wahrscheinlich das Spiel wieder künstlich in die Länge ziehen, vermute ich mal. Okay. Ach, das Level. Okay. Was zum Teufel? Muffin-Attacke? Das ist ein Level, was auch ein Grund war, warum ich mich aufgeregt habe. Und zwar sind es Muffins. Aber die Muffins kommen von irgendwo her, wo ich mich aufgeregt habe. Den Part werde ich übrigens nicht veröffentlichen, wo ich mich hoch aufgeregt habe. Der war... Der ist nicht schön anzuschauen. Also, selbst ich muss zugeben, dass es einer der schlechtesten Parts war, die ich je gemacht habe. Das wollt ihr nicht sehen, glaubt mir. Hey, cool. Beim ersten Mal war ich nicht so gut. Auf jeden Fall kommen die Muffins hier aus dieser Wand raus. Und da habe ich mich gefragt... Muffins, die aus der Wand kommen! Naja. Gut, Level 6.5. Jetzt kommen wir etwas schneller voran. Beim ersten Mal war ich da sehr viel länger beschäftigt. Ich glaube, da habe ich so eine volle Stunde dafür gebraucht. Aber jetzt habe ich es sofort geschafft. Okay, okay, okay. Hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Okay, hier ist eine... Hexe. Okay. Diese Steine sind anscheinend sehr brüchig. Die böse Hexe hat sie wahrscheinlich verzaubert, sodass die jetzt zusammenbrechen. Ach, die Hexe habe ich mich auch aufgeregt. Allerdings erst im letzten Part! Ach, komm schon. Jetzt bin ich da runtergefallen. Ich dachte, der wäre fest. Also, ich dachte, der bricht nicht zusammen. Ich dachte, der Stein wäre etwas Besonderes. War er auch. Er ist zusammengekriegt. Warum können die Steine eigentlich fliegen? Ich meine, diese Steine, die fliegen jetzt so, wie sie jetzt angezeigt werden. Ich meine, das ist ja in 2D, ist schon klar. Aber die fliegen! Okay. Zweimal denselben Fehler machen, grenzt langsam an Dummheit. Mein Lehrer sagt immer, einen Fehler zu machen ist keine Dummheit. Beim zweiten Mal ist es auch keine Dummheit. Nur denselben Fehler dreimal zu wiederholen, das ist Dummheit, sagt mein Rechnungswesenlehrer. Und da muss ich ihnen auch zustimmen. Und jetzt ist es auch die Dummheit. Verdammt. Okay. Gut. Ja. Wir sind immer noch im Dorf. Juhu. Ich freue mich nicht. Ach, wie ich mich schon auf die Castle freue. Ich kann mich echt nur an die Castle erinnern, wo ich klein war. Wahrscheinlich war das Level so kacke, dass ich es verdrängt habe bei meiner Kindheit. Ach, Mensch. Jetzt hat die Hexe mich erwischt. Ich glaube, hier sollte ich besser nicht springen, sondern einfach nur geradeaus laufen. Dann kann die fiese Hexe mich auch nicht erwischen. Boah, ich dachte schon, jetzt falle ich da rein und... Ich bin noch da reingefallen. Verdammt. Ich bin jetzt etwas fröhlicher drauf als sonst. Ich habe das Spiel jetzt für eine gute Woche jetzt nicht mehr gespielt. Deswegen mache ich jetzt auch die ganzen Fehler. So, jetzt. Moment, der bricht ja nicht zusammen. Aber wir können uns diese Punkte holen. Haha. Und vielleicht können wir ja auch so die Hexe abknallen. Moment. Verdammt. Habe ich sie? Ich habe gerade so ein Tötungsgeräusch gehört. Wo geht es hier eigentlich lang? Ein Leben. Cool. Und hier geht es wahrscheinlich zurück. Okay. Ich glaube, die Punkte ist Zeit. Kann das sein? Ne, das ist keine Zeit. Schade. So, und jetzt? Haha. Jetzt sind wir hier. Okay, okay. Was zum Teufel? Drachenkopf. Dovakin. Hilfe. Hilfe. Ich will nichts mit euch zu schaffen haben. Ich springe jetzt einfach drüber. So, ihr könnt mich mal. Hä? Verdammt. Was ist das? Hilfe. Ah. Okay, wir können auf die draufjumpen. Aber ich frage mich, was passiert, wenn wir diesen Drachenkopf berühren? Ach, auf den können wir auch. Okay, die sind gar nicht böse. Ich dachte schon, die seien böse. Und warum ist denn dann das Totenkopfsymbol dran, ne? Wahrscheinlich wegen der Hexe, glaube ich. Aber die haben ja schon getötet. Gut, das haben wir schon fast geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Ich glaube, bei dem Level habe ich sehr lange gebraucht beim ersten Mal durchspielen. Und zwar wirklich sehr lange. Also, wirklich, wirklich sehr lange. Weil ich so dumm war. Ich hoffe, dieses Mal bin ich schlauer und habe dazu gelernt. So, okay. So weit, so gut. Jetzt kommt, glaube ich, eine Schlange, soweit ich weiß. Eine fiese Schlange. Hallöchen, Slitherin. Was geht's? Die habe ich immer so ausgeschalten. Ich bin da immer so gesprungen. Genau so. Und jetzt kommt das Fiese. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Oh Gott, ich traue mich nicht. Jetzt kommt irgendwas Fieses. Okay, Michael Jackson. Warum Michael Jackson? Ganz einfach. Er ist jetzt weiß. Er ist schwarz. Und jetzt ist er weiß. Genau, das war das Fiese, warum ich immer verloren habe. Ach komm, fast hätten wir es geschafft. Da oben ist schon das Exit-Shield, seht ihr? Also, den Typen, den habe ich immer Michael Jackson genannt, weil er schwarz ist. Und wer mir den abknallt, wird er weiß. Ganz einfach. Habe ich damals auch etwas lustiger formuliert. Weil ich mich damals hier schon ein bisschen aufgeregt habe. Wegen den Muffins zuvorher noch. Wegen den fliegenden Muffins, die aus den Wänden kommen. Na ja, egal. Gut, ich glaube, jetzt habe ich auch ein bisschen genug zu viel gequatscht, kann es sein. Gut, ähm, zunächst wieder dasselbe wie vorhin. Schlange ausschalten, bla bla bla. Da, Mathef... Mathef... Fahne. Also gut, äh, blub blub blub. Also gut, warte ffff. Das sieht irgendwie aus wie ein Ninja. Das ist doch ein Ninja, du Trottel. Achso, okay. Gut, dass ihr mich darauf hinweist. Okay, ich mache das immer so. Ist er tot? Und nein, er hat sich noch nicht transformiert. Lebst du noch? Ja, der lebt noch. Verdammt. Okay, jetzt aber jetzt mal wieder ein bisschen ernst sein. Bla bla bla. Ah, okay, jetzt ist er transformiert. Verdammter Transformer. Ah, da... Okay, da geht's nach oben. Den Ort muss ich mir merken, wo es hoch geht. Töten können wir den übrigens nicht. Oder ich weiß gar nicht. Also man kann den schon abknallen, aber... Ob man den töten kann? Weiß ich nicht. Das ist auch etwas schwer, weil er ja schießen tut. Und wir müssen ja auch in dieselbe Richtung schießen wie er. Das könnte ein bisschen tricky sein, den dann zu töten, falls wir den töten wollen. Okay, okay, okay. Hier ist wieder die Snake of Doom. Okay, auch sie hat ins Gras gewissen. Oder dieses Mal in dem Boden. Ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist, aus das der Boden besteht. Oh Gott, das verliere ich. Ich wette, ich verliere. Ah, doch nicht. Okay, geschafft. Wir kommen schneller voran, als ich gedacht habe. Na gut, ich spiele das jetzt auch zum zweiten Mal. Das ist jetzt keine große Überraschung. Was zum Teufel? Okay, 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 was ist das? Was ist das? Tut ihr mir nichts? Gut, ihr tut mir nichts. Brafe Viecher. So, und jetzt? Oh Gott. Witch. Hilfe. Hilfe? Das war's schon. Da waren die vorherigen Level viel schwieriger. Gut, nächstes Level. Oder ich habe mich in ein Bro verwandelt, wie Michael Jackson vorhin. Okay, okay. Ich glaube, bei dem Level, ja, bei dem Level habe ich auch einige Zeit gehangen. Und zwar habe ich zunächst die ganzen Trottel, ne, Quatsch, die, äh, ja, das Besondere an diesen Idioten da, die da sind, was weiß ich, was das für Wesen sind, fragt mich nicht. Ähm, die kommen immer wieder neu, wenn man sie tötet. Aber ich habe eine Methode gefunden, wie man an die vorbeikommt. Und zwar müssen wir die zunächst alle herlocken. Da müsste, glaube ich, noch einer kommen. Jawohl. Und jetzt springen wir einfach über die Idioten drüber. Und gehen fröhlich weiter. Ach, schön, ich bin so fröhlich. Warte, du, 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 du. Angriff von oben. Verdammt. Oh, nee, das ist dieses Level. Okay, jetzt kann ich es wieder. Wir müssen da sehr schnell sein. Wir müssen da sehr schnell an den Vorbeirenn bei der Verfolgung. Nämlich, wenn wir da zu langsam sind. Okay, 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 okay. Jetzt, ah. Und. Nein. Mist, Mist, Mist. Nein, macht nichts. Ich habe jetzt eine größere Geduld und bin auch wieder etwas motiviert und nicht mehr leicht zu reizen, wie zum Beispiel in diesem Pyramiden-Level. Mir geht's super. Es ist Samstag übrigens. Samstag, der 27. Vetter. Keine Ahnung, ob es euch interessiert. Mich interessiert es schon. Okay, jetzt musst du schnell sein. Okay, 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 okay. Ich glaube, man braucht da das... Nee, man kommt auch ohne Seil rüber. Genau, man kommt ohne Seil drüber. Man muss einfach richtig springen. Auch wenn man verfolgt wird von verrückten Kreaturen. Gut, ich probiere es jetzt nochmal. Wieder ein bisschen warten, aber das ist ja nicht so schlimm. Warten ist ja gesund oder auch nicht. Man kann sich daraus schneiden. Ich glaube, die Wissenschaft streitet sich, ob Warten gesund ist. Weil andererseits altert man durch Warten. Und andererseits wird man dadurch geduldiger. Ach, geschafft. So muss man das machen. Gut, Level 9. Vorletztes Level schon. Und das in der Viertelstunde. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich da... Ne, Dreiviertelstunde jetzt schon verbraucht. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Wir brauchen jetzt so... Ja, dieses Ei oder was auch immer das ist, ist böse und wird uns töten, wenn wir es nicht... Äh, ja. Vielleicht können wir das Ei irgendwie zu einem Spiegelei machen. Moment. Können wir das zu einem Spiegelei machen? Ich habe jetzt Lust aufs Spiegelei. Spiegelei, hallo? Spiegelei? Das ist das kuriose Ei aus Pokémon. Hm. Boing! Ich kann aufspringen, siehst du? Uhu, uhu, uhu. Stehst du da nur den ganzen Tag da oder machst du doch was? Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir müssen hier Schlüssel sammeln, aber es ist das fiese Ei. Verfolgt uns. Und ich glaube, das wird immer schneller. Mist. Nicht gut. Das Ei ist böse. Ich mag keine Eier. Na doch, ich mag schon Eier. Aber gekocht. Gut, hier ist Schlüssel. Hier ist der Key. Jetzt müssen wir da hoch. So, genau. Da ist Schlüssel Nummer 2. Und wo ist der letzte Schlüssel? Ich suche ihn gerade, aber ich glaube, ich finde ihn nicht. Achso, es sind nur zwei. Okay. Jetzt können wir damit die Schalter hier aktivieren und, ja, kommen dadurch zum Ziel. Mann, das habe ich auch wieder sehr schnell geschafft. Und jetzt sind wir schon beim letzten Level. Unglaublich. Wie ich hier durchgerusht bin. Aber dieses Level, da werde ich jetzt wahrscheinlich lange hängen. Denn dieses Level ist eine Klasse für sich. Man muss hier nämlich präzidisch springen. Und darf nicht sterben. Gut, ich würde sagen, ich benutze jetzt hier in diesem Let's Play mehr mein Hirn als mein Spielerskill. Sondern zunächst muss ich diese Hexe... Ja, Tötner. Getötet habe ich sie, aber sie hat auch gleichzeitig mich getötet. Diese fiese Hexe. Hm. Naja. Okay, ich probiere es einfach nochmal. Moment, ich habe irgendwas getötet. Das war anscheinend ihr Geist, den ich gerade erwischt habe. Okay, ich habe auf den Timer geschaut. Das müssten... 15 Sekunden sein. Okay. Hä? Hä? Wo ist der seltsame Geist hin? Er ist verschwunden. Mysteriös. Meine geistlich-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Okay, die Hexe hätten wir, aber da kommt der Geist. Verdammt. Gut, den Geist möchte ich, wenn es geht, noch töten. Sicher ist sicher. Dauert zwar ein bisschen, aber dafür sterben wir nicht. Und Sicherheit ist hier sehr wichtig. Sicherheit wird hier groß geschrieben. Na, komm schon, Geist. Ja, ich habe ihn getötet, ist sehr schön. Gut, jetzt müssen wir auf diese Blubberblasen auf achten. What the fuck? Die Stacheln können wir übrigens berühren, aber solange wir nicht auf die drauf fallen, ist alles gut. Na, jetzt aber. Ich weiß, du springst gerne, aber der Tod wartet auf dich. Dankeschön. Gut. Jetzt müssen wir hier hoch. Nein, nichts so, sondern andersrum. Andersrum. Hallo, andersrum. Andersrum sage ich. Genau so. Und jetzt auf den aufpassen, jetzt muss man richtig schnell sein, weil der verfolgt uns. Ja, okay, nochmal von vorne. Ich gehe jetzt hier mit System vor. Mit System. Ja, ihr habt es richtig verstanden. Mit System. Weil beim ersten Mal, da habe ich Millionen Versuche gebraucht, bis ich da an diesen Typen vorbeigekommen bin. Töten können wir diesen Typen übrigens nicht. Ich töte jetzt einfach mal wieder die Hexe. Ich glaube, das mache ich insgesamt dreimal. Und wenn wir das dreimal gemacht haben, mache ich einen Safe State, weil das ansonsten zu lange dauert. Die ständig zu töten und auch ein bisschen mir an die Nerven geht. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich dachte, es reicht noch. Naja, hat es aber nicht. Und jetzt hat man einfach Pech. Naja, jeder hat mal Pech. Wie ich in meiner DVR-Schulaufgabe, wo ich keinen Punkt geholt habe. Weil die Lehrerin so scheiße ist und nichts drauf hat mit dem Eislehrer-Sahnsinn. Denn, gell, ich muss euch mal über meine... Ich tue jetzt mal ein bisschen meine Lehrerin rufmorden. Rufmorden, sagt man das so? Ja, ich tue jetzt auf jeden Fall meine DVR-Lehrerin rufmorden. Sie heißt Frau Schön, arbeitet an der Jakob Fugger Wirtschaftsschule in Augsburg. Und die kann sowas von überhaupt nicht unterrichten. Die redet irgendwelchen wildes Zeug ohne Punkt und Komma. Und sagt Fremdwörter, die niemand aus meiner Klasse versteht. Ich eingeschlossen. Und ja, das sagt auch meine Schulaufgabe. Und bzw. die Schulaufgabe meiner Klassenkameraden. Denn die sind grottenschlecht. Also ich finde, man sollte echt Lehrer einstellen, wenn sie wirklich gut unterrichten können. Aber so wie die unterrichtet ist... Boah! Die kann sowas von gar nichts. Und auch ihre Schulaufgaben, die sie erstellt. Sie sind sowas von scheiße formuliert. Die, ähm, ja. Es ist kein Wunder, dass ich in der letzten Schulaufgabe 0 Punkte geholt habe. Fragt sich nur warum. Und wegen... Und diese Note, die ich hier in DVR bekomme, die kommt nämlich in die Abschlussprüfung. Ja, in die Abschlussprüfung. Und da werdet ihr wahrscheinlich schon verstehen, warum ich so einen Hass auf sie habe. Wo ist denn jetzt der Geist? Ich dachte, der müsste doch jetzt kommen. Hallo Geist? Scheint wohl schüchtern zu sein. Ist wahrscheinlich auf einem Meeting. Mit dem Geist von Mario. Mist. Nein! Ich war zu langsam mit dem Töten. Aber der ist zu schnell, der ist es schwierig, den zu töten. Naja. Aber ich habe noch eine schlechte Lehrerin. Ich werde jetzt alle Lehrerinnen fertig machen, die ich nicht leiden kann. Oder beziehungsweise die schlecht unterrichten können. Okay, die zweite Lehrerin ist meine Englischlehrerin. Frau Klein heißt die. Ist auch gleichzeitig meine Klassenlehrerin. Und die kann auch nichts. Die kann sowas von auch nicht unterrichten. Die tut irgendwelche Projektionen an... Ja, irgendwelche Projektionen auf dem Computer aushängen. Und dann sollen wir die einfach abschreiben. Meistens sind es solche Aufgaben. Ja, die kann ich zwar mit meinen schlechten Englischkenntnissen schon ein bisschen. Aber ich mache bei den Schulaufgaben trotzdem Fehler. Weil die Schulaufgaben, die dauern so ewig lange. Da muss man glaube ich bei einer Schulaufgabe 105 Punkte holen für einen Einser. Ne, sag mal 96 Punkte für einen Einser. Und dafür... Bei diesen Schulaufgaben muss man... Hat man nur 75 Minuten Zeit. Und zwar muss man in 75 Minuten für einen Einser 90 Punkte... Also, na sag mal, rund mal auf. In 75 Minuten muss man für einen Einser... Äh... Okay, nochmal von vorne. In 75 Minuten muss man für einen Einser 100 Punkte holen. Das ist nicht möglich. Weil man muss gleichzeitig denken und hinschreiben. Dann müsste man pro Minute, die vergeht, drei Punkte holen. Das ist nicht möglich. Deswegen ist es auch der Grund, warum ich hier auch so schlechte Noten habe. Weil die Zeit reicht einfach nicht aus. Weil, äh... Wäre die Zeit etwas... Ja, hätte ich mehr Zeit in der Schulaufgabe, zum Beispiel 90 Minuten. Das wäre ja noch gut. Dann wäre es viel leichter. Man könnte da besser nachdenken. Ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Aber nein, man hat solche Eile und muss gleich alles irgendwie auf Hektik schreiben. Und das Geile ist, bei der Schulaufgabe ist meistens immer ein Listening. Da muss man halt so hören, was da kommt und schreiben, ob es richtig ist. Und ein Reading. Also, man muss da einen Text lesen. Und wie soll man einen Text lesen, wenn man pro Minute, die vergeht, drei Punkte holen muss? Das ist nicht möglich. Also, Frau Klein, falls Sie dieses Let's Play sehen, was ich nicht vermute, dann ändern Sie bitte Ihre Aufgaben. Denn die sind ziemlich unlösbar. Okay, 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 jetzt sind wir wieder zurück im Let's Play. Schule ist vorbei. Ähm... Habe ich den Geist jetzt erwischt, oder? Habe ich den jetzt erwischt? Wahrscheinlich habe ich den jetzt nicht erwischt. Rechts, längs, rechts, längs, rechts, längs. Nein, es kommt schon. Hexe, die blöde Hexe. Das ist meine DVA-Lehrerin. Die werde ich jetzt töten. Hier, wegen meiner schlechten Noten. Oh, und das ist ihr Kamerad. So, ich glaube, wenn ich den Geist getötet habe, mache ich hier auch einen Safe State. Weil, das könnten wir eigentlich immer... Das ist nicht besonders schwer. Man bräuchte da nur ein paar Versuche und dann haben wir diese zwei Lappen schon getötet. Also, ähm... Falls ihr das jetzt ein bisschen als Cheaten bezeichnet, das ist nur da, damit ich mir... ...ein bisschen Zeit einsparen kann. Toll. Der Geist tötet mich. Ich bin wieder falsch gesprungen. Okay, nochmal. Uh, Blower Blasen. Hier, das Blower Blasen der Blasen der Blower Blasen Baby wird brutal und bis zur Besinnungslosigkeit durch die Bar geboxt. Let's do it again. Ja, seht ihr, mein Englisch ist so schlecht. Fragt sich nur, warum. Na komm schon, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, bis die Hexe wiederkommt. Dann schießen wir einen schönen Feuerball ins Gesicht. Na komm schon, ich springe jetzt ein bisschen, damit die Hexe... Jawohl, jetzt... Haha, und da ist ihr Genosse. Genosse, willkommen in Russland. In Russland besteht alles aus Russ. Na komm schon, Geist. Bist du wieder auf einem Meeting, oder was? Grüßt, Boohoo von mir. Ich mag den. Aus Mario, nämlich. Hab ich den jetzt? Ich gehe keinen Schritt weiter, bis ich weiß, dass der Geist tot ist. Bis ich nicht weiß, dass der Geist tot ist. Solange ich nicht weiß, dass der Geist tot ist. So ist das richtig formuliert. Ich muss mir an meine Aussprache aufpassen. Okay, reden wir mal über meine besten Lehrer, die ich habe. Die beste Lehrerin habe ich in Deutsch. Die heißt Frau Hossfeld. Die kann echt super unterrichten. Die ist echt cool drauf, gechillt. Bei der lerne ich auch was. Also, und ihre Schulaufgaben, beziehungsweise Kurzproben, die sind nicht so asozial formuliert. Also die macht ihre Schulaufgaben richtig gut, sodass das jeder versteht. Nicht so Fachbegriffe wie bei der Frau, schön in Datenverarbeitung. Das ist, boah. Es kommt schon, böder Geist. Ich will dich töten. Warum ich dich töten will, ist unbegründet. Seht ihr, unbegründet. Ein neues Fremdwort. Ich wette, die Frau, äh, schön hätte das jetzt auf meinen Test geschrieben. Begründen, äh. Warum ist diese Definition unbegründet gegenüber der... Oh, fast hätte mich der Geist erwischt. Ich muss besser aufpassen. Also nicht im Unterricht, sondern hier im Spiel. Es kommt schon, böder Geist. Komm schon, sei nicht so schüchtern. Jetzt komm, jetzt muss ich den doch jetzt haben. Okay, ich stelle mich jetzt hier hin. Komm schon, blöder Geist. Ich will dich jetzt entziehen, dein Vater, mit der Geschichte schießen. Gleich kommt er. Ich seh's schon. Gleich kommt er. Er müsste gleich kommen. Da war er auch. Okay. Gut, jetzt setze ich den Safe State. So. Okay. Gut, damit sparen wir uns ein bisschen Zeit. Und müssen nicht ständig die Hexen und die... den Geist töten. Jetzt hab ich's im Plural gesagt, obwohl's eigentlich Singular war. Naja, egal. Okay, den Lappen hätten wir auch erledigt. Hier werde ich trotzdem kein Safe State machen, weil das ist ein bisschen übertrieben, das ein Safe State zu machen. Das gehört schon ein bisschen dazu. So, jetzt. Ich glaube, ich brauche hier den Anstoß von der Lava... Von der Lava? Ne, von diesen Heuballen. So, nochmal. Jetzt müssen wir diesen Blasen-Idioten da töten. Okay. Soweit, so gut. Jetzt kommt schon ein blöder Haufen. Ich brauche jetzt die Schnelltaste. Was ist die Schnell... Schnelltaste? Ja genau, was ist die Schnelltaste für diese... Was ist hier die Schnelltaste? Ich schaue jetzt mal ein bisschen durch. Nein, das ist es nicht. Das ist der auch nicht. Den habe ich bei dem letzten gemacht, bei dem letzten Spielen. Das ist der, ne? Ja genau, okay. Ich muss F10 mitnehmen. Okay. Gut, jetzt hätte meine Maus. Und jetzt nicht mehr. Nein, diese Blasen. Okay, F10. Wo ist F10? Verdammt, mit F10 schließt man die Aufnahme. Und mein Camtasia öffnet sich. Nein! Oh, zum Glück auf dem anderen Bildschirm. Sonst hättet ihr jetzt meine privaten Sachen gesehen. Die ich mir vom Internet rauskopiert habe. Okay. Ich glaube, wir laden erst einmal die Dateien. 10 war das, ne? Okay. Ich muss vermeiden, dass ich häufig sterbe. Weil es kommt nicht gut, wenn ich hier ständig lade. Doch, tut's. Aber das ist eigentlich die Schwierigste an diesem Level. Man muss hier eigentlich an diesen Typen vorbei. Töten kann man den nicht. Ich zeige so schnell, dass man den nicht töten kann. Seht ihr? Man muss hier einfach schnell sein wie der Wind. Teamwork haltet so schnell wie das Licht. Gebt lieber auf und bekämpft euch nicht. Ne, wir haben's geschafft. Gut. Wo geht's hier eigentlich jetzt lang? Hier sind ein paar Punkte. Und was ist das? Irgend so ein Dingens. Und da ist das Exit-Dingens. Okay, wir können da einfach drüber. Wir können das als Plattform nehmen. Und kommen so ins Ziel. War auch gar nicht so schwer. Mit Save-States zumindest. Wahrscheinlich hätte ich da jetzt ein bisschen länger gebraucht mit den ganzen Geistertöten und Hexe und so. Aber naja, gut. Wir haben's geschafft. Gut, in dem Sinne geht's im nächsten Level weiter mit der Castle. Ich werde wahrscheinlich wieder verzweifeln, wie damals in der Pyramide. Ich hoffe, es wird nicht zu schwer. Ja, okay. Das war auch der vorletzte Part. Wir sehen uns dann im letzten Part wieder, wenn wir den Endboss besiegen und das Spiel durchspielen. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao.